Oh, 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 wurde da gerade vielleicht die Ampelregierung massiv ausgetrickst und zwar von den Amerikanern, den Indern, den Chinesen, Brasilien und auch noch von Saudi-Arabien. Ja, die Ampelregierung feiert sich gerade noch für die Einführung der globalen Mindestbesteuerung in Deutschland und das ist durchaus spannend, wenn man sich auch die aktuellen Meldungen dazu durchliest, da hört man eine einzige Sache nicht, dass wir eigentlich fast die einzigen sind, die das jetzt umsetzen, was die OECD mehr oder weniger beschlossen hat. Und damit herzlich willkommen hier zum neuen Video von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, es war wirklich, ich glaube Donnerstag quasi jetzt hat an der Stelle ein richtiges Feuerwerk auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Im Grunde Finanzminister Christian Lindner, Olaf Scholz, Robert Habeck, Ricarda Lang und wie sie alle heißen, haben ihr Bestes dazu gegeben und auch natürlich die Linke dementsprechend hat gesagt, wie muss man das denn feiern, dass jetzt hier eine globale Mindestbesteuerung in der Welt gilt und 140 OECD-Staaten sich daran beteiligt haben. Aber haben sie das denn wirklich? Und da möchte ich euch jetzt erstmal kurz erklären, was überhaupt diese globale Mindestbesteuerung ist und dann kommen wir nämlich auf ein paar etwas neuere Meldungen, die da, sag ich mal, ein leichtes anderes Bild zeigen. Und damit hier erstmal ein schöner Überblick, wo wir später noch im Detail reingehen. Hier mal so die Körperschaftsteuer in ausgewählten Ländern. Und da ist schon mal hier so ein kleiner Effekt, ganz cool. Wenn ihr drauf geht, wie gesagt, ist von der Tagesschau, habe ich euch mal jetzt hier mit reingenommen. Da haben wir zum Beispiel hier USA 25% oder zum Beispiel Frankreich, Deutschland zum Beispiel hier mit seinen 29,94 oder auch hier andere Länder mit 20% oder wie gesagt hier unten auch noch Australien mit 30%. Da kann man sich so ein bisschen drüber klicken. Das Ganze ist natürlich jetzt hier an der Stelle so ein bisschen schön gemacht, weil ich sage es mal so, die spannendsten Länder sind hier durchaus nicht mit dabei. Wo man das sagt, hier in der östlichen Region oder ganz weit drüben oder hier, sag ich mal, im südlichen Bereich. Da ist es auch hier so, dass man aktuell sagt, ja warum ist denn eine Mindestbesteuerung notwendig? Und da kommen wir jetzt mal zu dem Grund, der ja grundsätzlich verständlich ist. Und zwar sagt man ja, dass die großen Konzerne, also Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und so weiter, ja durch Steuerschlupflöcher, sag ich mal, die ja nationalen Steuergesetze umgehen. Deswegen, dass sie zum Beispiel Gewinnverlagerungen in bestimmte ganz einfach Gebiete reinbringen, wo man sagt, hey, das ist doch hier zum Beispiel Steuersätze von 1,5%, was jetzt zum Beispiel auch ich meine Facebook, beziehungsweise auch Amazon und Apple hier in Europa haben, mit Lichtenstein, Luxemburg, beziehungsweise Irland. Und wo ja man sagt, okay, das ist ja eigentlich gerechtfertigt. Die OECD-Regelung sagt jetzt, wenn ein Unternehmen mehr als 750 Millionen Euro Umsatz hat und dann dementsprechend multinational unterwegs ist, dann muss es sich hier der globalen Mindestbesteuerung unterwerfen. Und hier ist es zum Beispiel auch so, die Meldung aus dem Jahr 2021 gewesen, wo man sagt, okay, das klingt auch so für den Normalsterblichen, ganz klar, Jahrzehntelang haben Politiker darüber debattiert, Olaf Scholz schafft jetzt endlich Tatsachen. Er sorgt für weltweite Steuergerechtigkeit, die globale Mindeststeuer in Höhe von 15% und eine neue Verteilung der Besteuerungsrechte unter den Staaten soll 2023 in Kraft treten. Ja, und genau das haben jetzt am Donnerstag, wie gesagt, auch die Bundesregierung soweit beschlossen, mit, ich glaube, knapp ein bisschen mehr, über 70% der Beteiligten haben dort mitgestimmt. Ist natürlich ein ziemlich gutes Ergebnis. Und dann ist man immer noch an dem Punkt, dass man sagt, ja, aber wie schaut es denn in Wirklichkeit aus? Ist es wirklich so, dass an dieser Stelle jetzt alle Länder das umsetzen? Und hier gibt es einen sehr, sehr spannenden Artikel von der NZZ, also von der Neuen Zürcher Zeitung, denen jetzt plötzlich Informationen vorliegen, dass nicht alle Länder das so umsetzen wollen wie wir, sondern an der Stelle nämlich hier zum Beispiel Länder dabei sind, und zwar es geht hauptsächlich darum, dass die Schweizer jetzt gesagt haben, das ist eine Neue Zürcher Zeitung, das ist eine Schweizer Zeitung, dass die jetzt sagen, hey, wir wollen das Ganze ein bisschen verschieben. Und jetzt ist hier der Hauptgrund, es bestehen begründete Zweifel, ob das Regelwerk jemals global verbreitet eingeführt wird. Liest man nun verblüffen in einem Positionspapier des Wirtschaftsverbandes Economy Swiss, dass der NZZ vorliegt. Wie kommen die dazu? Der Wirtschaftsverband verweist darauf, dass große Staaten wie USA, China, Indien, Brasilien oder Saudi-Arabien keine Schritte bisher eingegangen sind, hier diesen Plan umzusetzen, der 2021 von den 140 Staaten verabschiedet worden ist. Wer sagt, ja Roland, das ist ein bisschen alt? Nein, das Artikel ist von 10.11.2023. Heute im Großen und Ganzen mit der Gäste in der Früh um 5.30 Uhr ist das Ganze veröffentlicht worden. Und deswegen haben auch die Schweizer jetzt natürlich hier große Bedenken und sagen, naja, wir haben ja auch eine günstige Besteuerung für Unternehmen bei uns. Und dementsprechend ist es doch auch so, dass wir hier dann ganz klar sagen können, hey, dann machen wir doch auch nicht mit. Und lustigerweise, wir feiern das gerade, dass das jetzt hier durchgeführt wird, aber andere Länder machen das nicht. Das heißt, wir schaffen hier explizit einen Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen. Und warum? Punkt Nummer 1 ist natürlich an der Stelle, und das ist jetzt das Spannende, wo es nämlich jetzt richtig bunt wird, ist an der Stelle, und zwar jetzt muss ich sie nochmal her suchen, aus dem entsprechenden Artikel. Und zwar geht es nämlich darum, dass hier an der Stelle der, sag ich mal, Beitrag, diese Mindestbesteuerung nur eingeführt werden muss, wenn an der Stelle hier die Firmensteuer auf dem Papier mindestens 20% beträgt. Was bedeutet das jetzt? Das ist wieder was, was ich zum Beispiel auch schon gesagt habe. Der Inflation Reduction Act der Amerikaner hat einen Sonderfall mit eingebaut, und zwar ist es nämlich so, dass zum Beispiel die USA Bundessteuer beträgt zwar 21%, aber wenn ich hier für grüne Technologien oder andere subventionierte Themen mit dabei bin, dann zahle ich am Ende nur 5 oder 10% Gewinnsteuern. Was bedeutet das effektiv? Das bedeutet in dem Zusammenhang, dass Länder oder auch Staaten hier Ausnahmen haben, die plötzlich eine zwar fiktive oder, sag ich mal, vereinbarte Steuer von 21% haben, wie die Amerikaner hier, aber effektiv durch andere Subventionen und Gesetze auf Länderebene, also auf Bundesstaatenebene, das Ganze vielleicht reduziert wird, dass man sagt, du zahlst jetzt auf Bundessteuer, wir erstatten dir das auf kommunaler Ebene oder auf ähnlicher Ebene, oder du kriegst hier Subventionen, dann ist das Ganze plötzlich nicht mehr ganz so schön, denn dann sind auch große Staaten wie Amerika hier zum Beispiel natürlich eine Steueroase, deswegen sage ich auch aktuell, dass viele unserer Mandanten nach Amerika gehen, weil du da natürlich eine bessere steuerliche Situation hast als hier in Deutschland und dass es dann durchaus natürlich spannend wird, wie sich das Ganze weiterentwickelt, denn diese Staaten haben kein Interesse, dass die jetzt natürlich hier, sag ich mal, mit Deutschland, sag ich mal, oder dass die schlechter gestellt sind als Deutschland, denn das war immer der Gedanke, dass alle gleich sind, das war so der Traum der SPD oder auch der Linken, dass die sagen, hey, wir wollen alle diese globale Mindeststeuer und auch wenn wir Deutschen jetzt hier bei 30% sind, sowieso schon ultimativ weit oben, wo wir gleich noch bei der OECD dazu kommen, aber wir wollen diese Mindeststeuer, damit benachteiligen wir ja alle anderen Länder und wir sind eh schon drüber, aber die anderen Länder machen es jetzt noch günstiger. Und dann kommen wir jetzt zum Beispiel zu der Situation, dass wir alle sagen, ja, wenn das jetzt deutsche Unternehmen machen, die dann von denen angewichtigt, glaube ich, 500 bis 600 Unternehmen in Deutschland davon betroffen werden, dann kommen die ja zurück nach Deutschland und dann haben wir wieder ein Plus. Da gibt es auch eine nette Berechnung seitens des IFO-Institutes, die zwischen einer und drei Milliarden Mehreinnahmen aktuell rechnen. Diese Spanne ist so groß, weil nämlich ein zweiter Faktor mit dazu kommt. Und zwar einige Unternehmen sagen jetzt natürlich, okay, dann gehen wir doch zum Beispiel von Bermuda in die Schweiz, wenn die Schweiz diese Regelung nicht einführt. Und dieser Artikel ist jetzt vom 4.11. Und da ist es nämlich so, dass einige Unternehmen, das ist jetzt leider hier im Abo drin, aber habe ich vorhin auch noch kurz durchgelesen, weil es noch frei war, da ist es nämlich so, dass einige Unternehmen, die sagen jetzt nicht, hey, wir gehen jetzt nach Deutschland oder wir gehen jetzt in irgendein Land, wo die globale Mindestbesteuerung gilt. Nein, wir verlegen unseren Hauptsitz dorthin, wo wir diese Regelung umgehen können. Sei es in die USA, auf dem Papier 21%, damit natürlich aber hier durch Subventionen bin ich günstiger dabei. Oder in die Schweiz, die dann sagen, hey, das wenden wir doch gar nicht an. Und wenn dort auch der Hauptsitz hin verlagert wird, dann ist das sowieso kein Problem, weil man noch ganz klar sagen kann, hey, dort ist der Hauptsitz. Und das war ja auch der Wunsch im Großen und Ganzen, der, sag ich mal, auch der SPD, die ja federführend mit Olaf Scholz und auch Macron, hier vorangegangen sind. Die sagen, ja klar, wir wollen hier, dass der Hauptsitz dann der Ort der Besteuerung ist und die das dann nachbesteuern dürfen. Bedeutet, wenn 9% irgendwo sind, dann dürfte zum Beispiel Deutschland hier bis auf 15%, 6% sich zusätzlich holen. Und wenn man jetzt aber mal anschaut, welche Länder dort mitmachen und welche nicht, dann haben wir hier auch nochmal, zwar die Statistik aus dem Jahr 2021, aber der OEC-Durchschnitt liegt hier bloß bei 16,3. Das heißt, die meisten Länder sind hier vielleicht gerade mal bei den 15%, wie man es hier sieht. Und vor allem auch ganz wichtig, Deutschland ist hier immer mit diesem Gewerbesteuerfehler mit dabei. Nein, das sind hier die Steuerbelastungen. Wir haben hier zum Beispiel auch Länder, wo man ganz klar sagt, wo man sich hinverlangen kann. Kanada, wie gesagt, ist ja auf der Liste der Tagesschau hier gewesen mit zum Beispiel knapp 30%. Aber zum Beispiel sind es bloß 13,26%. Oder andere Länder, die hier, wie gesagt, mit dabei sind, die dann sagen, hey, Schweiz, wir wollen das gar nicht umsetzen. Oder wie gesagt auch, sage ich mal, was haben wir noch hier noch, USA mit 11,23% im Durchschnitt. Das setzen wir noch gar nicht um. Dann kommen alle Unternehmen zu uns. Wir können unseren Wirtschaftsstandort wieder aufbauen. Und am Ende sind im Großen und Ganzen dann wir Deutsche mit Blick auf unsere deutsche Industrie und auf unsere deutschen digitalen Wirtschaftsunternehmen, die, sage ich mal, dort im digitalen Bereich unterwegs sind. Und darum geht es ja bei diesen Steueroasen, eigentlich um digitale Unternehmen. Da haben wir es nachsehen. Nicht umsonst sind zum Beispiel auch so Konzerne, jetzt werden wir gerade nicht einen Namen, mit Blick auf Corona-Impfungen war es ja so, die sind jetzt für die Krebsforschung, sage ich mal, nach England gegangen. Auch weitere Unternehmen, auch jetzt hier aus dem Raum Regensburg, verschieben gerade einige Unternehmen ihre ganz einfach Standorte hier mit Blick auf Softwareentwicklung, aus Deutschland raus, nach England rüber. Also das zum Beispiel so, wie habe ich es schon ein paar Videos erzählt, zwei Bekannte von mir, die haben jetzt das Angebot bekommen, gehst du mit nach England oder du verlierst deinen Job hier in den nächsten drei Jahren in Deutschland. Ist, wie gesagt, aktuell in vielen Unternehmen hier in Bayern der Fall, dass die einfach sagen, okay, wir verlagern hier dann zum Beispiel auch die Sitze in das Ausland. Hier muss es nicht mehr, wie gesagt, außerhalb Europas sein. Viele sagen auch, dass es hier im nahen Umland relativ angenehmer ist, aber zumindest mal raus aus Deutschland, weil hier auch globale Unternehmen oder global agierende Unternehmen immer mehr benachteiligt werden, wie zum Beispiel mit diesem Super-GAU, wie jetzt wieder, wo es plötzlich heißt, globale Mindestbesteuerung wird eingeführt, aber am Ende werden nur deutsche Unternehmen davon benachteiligt, denn wie gesagt, auf der Welt hat keiner das Interesse hier, diese globale Mindestbesteuerung einzuführen.